Zürich mal aus einer anderen Perspektive sehen. Das kannst du am 1. Zürcher Fotomarathon machen. Fotomarathon, das heisst du bekommst 12 Themen und musst 12 Stunden 12 Wochen von deiner Stadt machen. Du kannst sie hochladen auf www.conoduch.com und dort wird den Gewinn im Wert anhand eines Online-Voting bestimmen. Was ist deine Motivation an diesem 1. Zürcher Fotomarathon mitzumachen? Ja, das erste Mal ist ehrlich gesagt etwas Neues in der ganzen Stadt. V.a. wenn es trist ist die ganze Zeit, tut der Stadt gut. Dass ich neue Fotografien kennenlerne, neue Ideen. Red at dusk, it's a really nice time to take the photos. Zeit gleich in Zürich und in Basel. Was denkst du, wer macht die besseren Bilder? Es ist auch üblich, ich finde es herrige Geschmack. Ich kann einfach einen Ball an. Das ist zweimal besser als Zürich, ich arbeite sie eh nicht. Wenn ich in Zürich wohne, denke ich eher in Zürich, aber es ist sicher beide. Willst du schon hier mitmachen und komm mitfotografieren? Dann komm am Samstag, am 8. Januar, am 12. Mai in Zürich zum Wirkliplatz. Mach mit auf gonadu.com